Kassette finden, dort auf das kleine Tischchen, da ist die Kassette also abzustellen, dort ist ein Schlüssel und dann wirklich hoffen, dass das Tape, was das Schloss also schützen soll vor dem Sand, gut gehalten hat, damit es da nicht ein bisschen knirscht beim Schlüsseldrehen. Also wirklich, guckt euch die beiden an. Da ging es ein Tick schneller, dass es so dauert, hätten wir jetzt nicht gedacht. Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Also der Schweiß steht beiden auf der Stirn, da tropft es wirklich runter. Die sind klitschnass, ich war doch schon überall, hier muss doch irgendwo das Ding sein. Und auch bei mir kommen am Handy langsam die ersten Beileidsbekundungen an, für die beiden natürlich, aber auch für mich so ein bisschen. Ich sehe, und jetzt könnte natürlich Julius gemein sein und warten mit dem Öffnen, aber das will ich ihm jetzt nicht sagen. Vielleicht eines der härtesten Spiele, was wir je gesehen haben.